Grüner Wasserstoff aus Wien für Wien. So geht das. Wir sind hier heute bei der Elektrolyse in Simmering. Schon seit mehreren Tagen wird hier grüner Wasserstoff für Wien in Wien produziert. Diesen Wasserstoff wird aktuell in diesem Trailer befüllt. Auch vor Ort bei einer Tankstelle mit 300 bzw. 700 bar vertankt. Wir können den Wasserstoff, den wir hier produzieren, für unsere Industriekunden benutzen oder auch gleich vor Ort ins Erdgasnetz Wiens einspeisen. Heute wurde hier in Simmering definitiv Wiener Wasserstoffgeschichte geschrieben. Etwas ganz Besonderes an diesem Projekt ist die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Wiener Netze und der Wiener Linken.